Herr Köppersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Markus Söder zieht heimisch still und leise die Forderung Kabinettsumbildung zur Jahresmitte zurück. Und was wird besser in dieser? Jetzt müssen sich Scheuer und Seehofer einen eigenen Grund für einen Rücktritt ausdenken. In mehreren Schlachthöfen hat es Corona-Ausbrüche gegeben. Das Bundeskabinett hat deshalb strengere Regeln für die Fleischindustrie beschlossen. Dass Arbeiter und Arbeiterinnen nicht nur in der Fleischbranche ausgebeutet werden, ist seit Jahren bekannt. Und braucht es eine Pandemie, damit die Regierung handelt? Es braucht Fantasie, sich den Akkord am Spargel oder die Hackepäterei im Schlachthaus als Werk vorzustellen. So ein Bauteil oder vielleicht eine Dienstleistung oder ein Buch, Drehbuch natürlich, das mag ein Werk sein. Am Fließband in der Furche war das alles schon immer gelogen. Das ist befehlsgebundene, das ist meist lohnabhängige Arbeit. Heils-Mentor Gerhard Schröder hatte ja mit der Agenda das Elend der Leiharbeit über die Branche gebracht. Dann erzwangen Arbeitsgerichte schließlich gleichen Lohn für alle. Dafür fiel man auf die Maximaldehnung des Begriffs Werkvertrag. So pustefix die GroKo diesen Schwindel jetzt wegbläst, so klar ist wohl auch, die wussten immer, dass es gelogen war. Ein Werbefilm des Autoherstellers VW wurde als rassistisch kritisiert und bekam einen Shitstorm im Netz. Zu sehen ist ein kleiner schwarzer Mann, der von einer überdimensionierten weißen Hand durchs Bild geschnippt wird. Das Unternehmen hat das Instagram-Video gelöscht und sich entschuldigt. Ist das glaubhaft? In dem Clip fanden aufmerksame Zuschauer eine notorische White-Power-Geste. Im Einzelbild kann man dann noch sehen, dass der Claim der neue Golf so einspringt, dass man zuerst das N-Wort liest. Ein Café Cologne wird übersetzt mit Colonie oder Siedler oder Cologne Darm. In der B-Note für den künstlerischen Eindruck erfrischt der Spot mit bemerkenswert schlechten Trick, fehlerhaften Lichtanschluss, desillusionierender... Als ich den zuerst gesehen habe, das war so eine unscharfe Mannschaft, habe ich gesagt, ja, das ist irgendwie so ein Troll-Filmchen. Und dann findet Volkswagen ernsthaft an sich dafür zu entschuldigen. Da habe ich erst geglaubt, der ist echt von VW. So schlecht ist der. Aber wenn man alle Fehler aus diesem Clip rausbereinigen würde, macht der immer noch keinen Sinn. Kaufe den neuen Golf, weil jemand Leute schnipsen. Okay. Wir freuen uns auf VW, weil meine Katze Durchfall hat. Oder Volkswagen. Sie zahlen, wir kuxen. FDP-Chef Christian Lindner umarmte einen belarussischen Honorarkonsul ohne Abstand und Maske. Corona ist das eine, die politischen Verhältnisse in Weißrussland das andere. Trotzdem, war die Umarmung die Tinte der Berichterstattenden wert? Die FDP schilt bei 5 Prozent inzwischen, da hilft jedes bisschen. Nach dem Rauswurf von Andreas Kalbitz tobt ein Machtkampf in der AfD. Ist der parlamentarische Rechtsextremismus bald Geschichte? Das Flügelgelügel jedenfalls. Ein paar Hakenkreuzblinden abzustreifen, würde einer seriösen, nationalkonservativen Partei ja nicht so eine Mühe machen. Bei der AfD dagegen darf man inzwischen von einer narzisstischen Partei ausgehen, die von ein paar naiv-Liberalen unterwandert ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben einen gemeinsamen Plan für einen Corona-Wiederaufbau vorgestellt. Wer könnte in der Corona-Krise jetzt noch zusammenfinden? Langsam wird diese Segensbeute aus der Pandemie unheimlich. CO2-Wert runter, Werkverträge weg. Digitalisierungsschub, mehr Heimbüro und sogar Österreich und die liberalen Skandinavier und Holländer finden mal zusammen. Macron schiebt Merkel näher an die Grenze, hinter der dann der Erste sagt, boah, Euro-Bonds wären ja billiger gewesen. Aber über die Grenze wird sie nicht gehen. Bisher versteckte ja ihren Jett, ihren Nein, die ganze Kohorte der Spar-Ideologen hinter ihr. Als nächstes bitte eine Krankheit, in deren Verlauf die ruinöse Ostpolitik sich zu eitel Völkerverständigung mit Russland wandelt. Putin verteilt Corona-Impfstoff gratis. Sowas in der Art. Die ersten beiden Geisterspieltage der Bundesliga waren doch sehr aufregend, nicht? Mir wäre wohler, es gäbe Anlass nicht zu glauben, dass Fußball, Kohle, kein Publikum, keine Fans, wäre das Geschäftsmodell, das die schon immer wollten. Und was machen die Borussen? Wir wünschen Mario Götze alles Gute, also das Gegenteil vom ersten Transfer damals zu Bayern. Habe ich Sie schon mal mit der Anekdote gefoltert, wie mein Sohn und Mario Götze bei Hombruch, Stadtteil von Dortmund, in einer Mannschaft gespielt haben? Und Mario war noch ein Jahr jünger als Karl und wenn der über einen Platz kullerte, dann schoss den Müttern an der Seite aus Linie die Milch ein. So ist es bis heute geblieben.